Da ist ja so glos. So glos hat da. Du fang noch. Weil da Charlie am Samstag Geburtstag hat, gehe ich jetzt einkaufen. Aber ohne Charlie, weil er darf seine Geburtstagsgeschenke nun nicht sein. Urteil, let's do! Let's do! What do we take, Mother? Haben die jetzt sowas zum Festhalten vom Leckerli? Können wir ja fragen. Okay. Wieso soll ich fragen? Hey, weiß ich nicht. Wie heißt denn sowas? Weiß ich nicht. Da hat das an deine Geburtstagsgeschenke geblendet. Du klackst ganz für die Tohle des Händen. Wo du da geht, er hat am Dammtag. Mama, nur bitte warten.